So, meine Damen und Herren, damit kommen wir zur letzten Folge von Doom, dem DLC-Add-On der Plotonia Experiment, mit dem Namen The Getaway of Hell. Oh, das ist eigentlich eine relativ kleine Map, soweit ich weiß. Oh, mehr oder weniger. So, ein Aufweis, aber schnell speichern. So, hier kommen wir jetzt raus und dann kommen wir, glaube ich, entweder nach rechts oder nach oben. Ah, ja, zack, 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 zack. Ja, ich glaube, auf der PS3 habe ich dann, glaube ich, nachher den Schwierigkeitsgrad, glaube ich, runtergestellt. Ich glaube, auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad, weil... never thought I was. Oh, das ist okay. Och, nein, da kommt's. ich weiß nicht weil er sieht jetzt auf der karte und das rechte gebiet aber ich weiß nicht wie soll man denn da kommt das man müssen wieder hoch erst mal in der verkommen so er ist weg Mann, was? Mann, ich hab... pimmelt euch doch mal alle hier, ey... Ach so... Da geht es einen Ticken höher... Ey, weh ich das, dass sie immer so nah kommen müssen, alter, ey... Jaaaa... Ich muss zu viel schießen und er schießt auf den Boden... Ich hab... aber ich glaube ich gleich das noch mal wie man auf die andere seite rüberkommt also der bereich der noch selber war also wo man ja nicht hingehen konnte vielleicht mache ich das so dass ich dann gleich noch ein dass die mission noch einmal gleich starte aber die an ich weiß wie man darüber kommt dass ich sie an dieser aufnahme gleich noch mal hinten anschließen tour und an dieser stelle bedanke mich erstmals zu gucken und wir werden uns dann gleich wieder sehen wir haben mit dem secret level 31 und 32 weitermachen und denn noch mal wieder zurück gehen also secret level 31 als 31 folge 32 als 32 folge und dann gehen wir noch mal zurück in der 33 folge in der bonus folge in level 15 wie man denn in level 15 zu 31 und von 31 in 32 kommt an dieser stelle bedanke ich mich für das zugucken und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.